Hey Gamble, hier ist Besuch für dich. Sie sagen, sie haben den Joker umgelegt. Die Leiche haben sie mitgebracht. Also, Tod, das macht 500 Riesen. Wie, das lebendig? Willst du wissen, woher diese Narben stammen? Mein Vater war ein Trinker und ein Unheult. Und eines Nachts drehte er mehr durch als sonst. Mami kriegt das Küchenmesser zu fassen und wählt sich. Er findet das gar nicht gut. Nicht ein bisschen. Also, während ich zusehe, drückt er das Messer in sie rein und lacht, während er schneidet. Er dreht sich zu mir und er sagt, Warum denn so ernst? Er kommt mit dem Messer auf mich zu. Warum denn so ernst? Er steckt die Klinge in meinen Mund. Und zaubern wir ein Lächeln auf dieses Gesicht. Warum denn so ernst? So. Unsere Organisation ist klein. Aber es gibt ein Riesenpotenzial für aggressive Expansion. Also, welcher der Gentleman möchte unserem Team beitreten? Oh. Zurzeit ist nur eine Stelle vakant. Das hier ist also so eine Art... Casting. Beeilt euch. Blut.